Musik Mein Name ist Erik Lorenz. Ich darf hier die Vorfertigung betreuen. Im Rang eines Bereichsleiters. Wir sind hier bei der Liebhaberwerk Ehingen. Wir produzieren Mobilkrane, Raupenkrane und seit kurzer Zeit auch Sonnenschirmteile und Sonnenschirme. Wir errichten die Bleche hier in Ehingen, weil wir für unseren Stahlbau genau gerichtete Bleche brauchen, weil wir am Endprodukt die Bleche auch sehen. Sie werden direkt lackiert, sie werden nicht mehr groß nachbehandelt oder verkleidet und um in unserer Produktion deutlich produktiver arbeiten zu können. Die Vorteile, die sich für uns ergeben, wir können auch mit Blechen von Lieferanten arbeiten, die nicht so liefern, wie wir uns das vorstellen. Wir können auch diese Bleche verwenden. Die Vorteile in den nachgelagerten Prozessen bei uns sind ganz klar im Bereich des Stahlbaus zu sehen, beim Zusammenbau der Bleche. In der Zeit vor der Flatmaster sind es circa 10 bis 15 Prozent der Zeit, die ein Schlosser beim Schlossern war, hat er mehr gebraucht, um diese etwas mehr verzogenen Bleche gerade hinzubauen. Für die Flatmaster von ARKU haben wir uns letztendlich entschieden, weil ARKU uns in großer Not geholfen hatte. Wir haben Zulieferer gehabt, Blechzulieferer, die nicht die Bleche geliefert haben, wie wir sie uns vorgestellt haben und wir schnell weiterkommen mussten in der Produktion. Und ARKU hat uns Lösungen vorgeschlagen, die der Wettbewerber uns so nicht vorschlagen konnte oder wollte. Ich bin bei Horsche Industrietechnik Pärtigungsleiter. Durch das Richten ergeben sich Vorteile für das Schweißen, besonders für das automatisierte Schweißen, weil es hier auf höchste Präzision ankommt. Die Roboter finden dann die Schweißnähte besser und die Qualität ist insgesamt dann dadurch sehr gestiegen. Bei Schweißbaugruppen haben wir ja das Problem, dass alleine durch den Schweißverzug im Schweißprozess dort schon erhebliche Dimensionsänderungen auftreten können. Und wenn ich dort so noch ungerichtete oder schlecht gerichtete Bauteile habe, dann habe ich einen Riesenaufwand in der Nacharbeit. Und das ist jetzt schon deutlich geworden, dass dieser Aufwand ganz traumatisch zurückgegangen ist. Wir waren in verschiedenen anderen Unternehmen, haben uns andere Produkte angeschaut, haben auch ihre Maschinen im Einsatz gesehen. Und schließlich und endlich war natürlich auch Preis-Leistungs-Verhältnis für uns ein wichtiges Argument. Die Servicefreundlichkeit, die Rufzeit im HR-Riefall und natürlich die einfache Bedienbarkeit. Sehr schön visuell dargestellt, die Bedieneinheit und unsere Mitarbeiter kommen damit außerordentlich gut zurecht. Die Servicefreundlichkeit, die Rufzeit im HR-Riefall und natürlich die Bedienbarkeit. derADE Die corporate-Riefall Der Es hat sich sehr viel Unterstützung für die Zettel und die Zettel. Es gibt drei Punkte. Die erste, die Akku-Kreis ist ein Kostenswert. Es ist viel zu viel von den Kostenswert. Es kann mit verschiedenen Geräten aus dem Produkt aus der Kostenswerten. Die Kostenswerten sind sehr gut. Die zweite, die Kostenswerten ist. Die Kostenswerten wird es automatisch gestalten. Die zweite, die Kostenswerten in der Kostenswerten. In der Technik ist es sehr gut, sehr gut. Es ist alles gut, es ist alles gut. Es ist alles gut, es ist alles gut. Es ist nicht die Unternehmen, die sich um die Arbeit zu machen. Es ist alles gut, es ist alles gut. Ich bin Herr Linh, ich bin der Insel Ehring-Liebiet-Kirche. Der Insel Ehring-Liebiet-Kirche ist ein Unternehmen der Produktion von Kier-Liebiet-Kirche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 My name is Mike Look, I work at MEC as a Project Engineer in the Contract Fabrications Division. MEC specializes in complex fabrications including tube forming, coating, and assembly for the nation's leading OEMs. We have to level parts for many reasons. One of those reasons is the parts have to be flat for forming operations. You need to start out with a flat part to have the part intolerance after forming. Another reason for needing to have flat parts is for weldments. We chose the Flatmaster for several reasons. First of all, ARKU cooperated with us running trial parts to prove that the machine could meet our needs. Another reason we chose the ARKU was its intuitive user controls and excellent machine design. It is very easy to clean and it's very easy to run. The ARKU Flatmaster 55 has saved us time on one particular part I remember. On this part, the tight tolerance of the weldment required a post-weld straightening operation. With the Flatmaster, we can straighten the piece parts of the weldment prior to welding. And after welding, the part is intolerant still. We have to level parts because our customers are setting higher and higher expectations for flatness on their final product. It seems a lot of them are using robotics and for welding and such stuff like that and it's just a general requirement. If we're going to continue to do business with these guys that we really need to have a flat part. We chose the Flatmaster as our leveler because it is the one piece of equipment that made us truly competitive for our customers and with our competition. When using traditional methods, we had a certain part that was requiring 20 to 30 minutes a piece to flatten. Once we got the Flatmaster in, we were able to flatten that part in about a minute and a half. We're running 80 of those parts a day, so that's 120 minutes a day versus eight hours. It's been a huge savings for us just on that one particular part. The RQ Flatmaster has been a maintenance man's dream. Presently, we only are required to do monthly PMs and besides those PMs, our maintenance men are very seldom at this machine. It is one of our most reliable pieces of equipment in the shop. Thank you. We'll be right back. K